Hey, meine Rabe-Bauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Bangs Sagt, zusammen mit Ebru! Hallo! Wir spielen hier, okay, das nächste Game beginnt. Es wird zufällig einen ausgesucht, der ist quasi Simon. Und der darf dann etwas, ja, da ist sie, Leute, da ist sie, ist nur ein bisschen. Ja, eine Simone. Und die darf etwas, ja, sagen, ich erkläre euch das gleiche, die Regeln kennt ihr wahrscheinlich eh schon. Was soll eure Regen? Was ist das denn, Leute? Also gleich werden wir auf dieses Spielfeld teleportiert. Und sie kann dann Befehle geben. Und je nachdem, so wie bei Bangs Sagt, müssen wir das tun oder nicht. Der, der als letztes noch lebt, hat gewonnen. Und ich bin erst mal auf den Boden geknallt. Oh, auf dem Sand, auf dem Sand. Oh Gott, ist das hier der Sand? Wie das ist das Wasser? Alter! Ja, den hat es direkt erwischt in einem. Das ist ja ein cooles Gebiet. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr Videos mit Bangs Sagt sehen möchtet. Und abonniert auch meinen Kanal kostenlos. Die hat sich ja wirklich letzte Rille gerettet. Hier die Dauerspringerin, die eine. So, was kommt jetzt, Leute? Was kommt jetzt? Hui, hui. Ähm, okay. Es wird auch... Aber das wird ja richtig tricky jetzt. Wenn sie jetzt lügt und nicht Simon Says davor steht, dann... Äh... Gras, komm, komm, komm! Ich soll es dir ja nicht verraten. Oh. Oh, die hat es erwischt. Man muss einfach immer nur der Mast hinterherlaufen. Ähm... Oh, aufs Gras, Ebro! Oh Gott, falsch! Oh! Alle haben überlebt. Yeezy. Ähm... Sand, okay. Ebro, könnten Sie bitte auf meinem... Ich dachte, du bleibst jetzt stehen. Es wird auf dem Sand regnen. Das ist immer drunter gefallen. Oh, es ist nur noch vier. Stimmt. Oh, Leute, Top drei. Oh, das wird jetzt krass. Ja, jetzt müssen wir aufs Wasser, glaube ich, ne? Das ist tricky. Ja, ich glaube auch. Der hat... Nee, oh, er hat sich gerafft, Alter! Wow! Weil jetzt nicht Simon Says davor steht, war es quasi gelogen. It will rain. Oh, das ist ja auf dem Sand. Okay. So. Wir sind jetzt auch noch zu dritt. Jetzt wird es echt kompliziert. Das ist aber auch gut, ne? Ja, ja. Es ist schwierig. Schwieriges Gebiet. Jo, wir haben es geschafft. Oh, wir haben alle gewonnen! Jawohl! Drei Gewinner! Eins zu eins, Ebro. Eins zu eins. Der Verlierer, und aktuell steht es ja eins zu eins, und der Verlierer von uns beiden, der, der weniger Runden gewonnen hat, der muss die Haare tragen, die die andere Person für ihn aussucht. Ach, oh nein. Und Hut und Gesichtsmaske, Bart. Also alles, alles kopfmäßig auf jeden Fall. Da weiß ich schon ganz, ganz, ganz genau, was ich Ebro verpasse. Ach, nee. Ganz, genau. Aber wir müssen natürlich erst mal gewinnen, ja? Neue Runde, neues Glück. Das Schnee hier? Nee, das sind Jahreszeiten, würde ich mal behaupten, oder? Genau! Oh Gott, Sommer! Oh, äh, äh. Das hier, glaube ich. Äh. Oh, die Rats... Nein! Ich hab dir vertraut. Herbert, das war doch Sommer! Weil das verstehe ich jetzt nicht. Hey, das ist Frühling, das ist Herbst, das ist Winter, das ist Sommer. Und da stand doch Simon Says Sommer, oder? Ja. Hm. Ich glaube, da habe ich falsch gelesen. Nee, das habe ich aber auch gelesen. Oh, Ben Sonneimer! Ich bin Simon! Da-da-da! Ego-Perspektive. Snake and Letters, okay. Schlangen und Leiter. Alter! Okay, wie funktioniert das? Wie kann ich jetzt hier Befehle geben? Drei, zwei, eins, go! Ah, okay, ihr werdet teleportiert. Sind wir hoch? Ah, okay, ich sehe es, ich sehe es. Okay, wir haben... Willst du mir Tipps geben? Okay. Okay, ich gebe dir keine Tipps, okay. Mein erster Befehl, Simon Says. Also, ich darf das ja eigentlich jetzt nicht vorlesen, weil ich musste ja, ich darf dir ja nicht helfen. Oh Mann, ey. Oh, der hat es in der letzten Sekunde. Oh, jawohl, den habe ich erwischt, den habe ich erwischt. Oh. Okay, so. Das wird schwieriger, weil meins ist, ich habe nicht so viele Möglichkeiten hier. Oh Mann, Leute. Alle, alle, Leute, das wird ein sehr schlechtes Ergebnis hier von mir, glaube ich. Was haben wir hier nochmal? Wir haben hier Doppelverneinung, das ist heftig. Oh, ich glaube, da waren gerade kurz welche davor. Oh, die erwischt ich. Nein, im letzten Moment, Raph, zieht es immer. Aber weißt du, was ich bräuchte? Ich bräuchte, Simon sagt nicht und dann eine Verneinung, so eine Doppelverneinung. Oh, das wäre krass. Aber die gibt es leider nicht. Ja, ich erwische die nicht, Leute. Ich habe zu wenig Möglichkeiten. Mann, ey, das wird hier ein kompletter Reinfall. Ja, eigentlich hast du dann gewonnen, Ebu, die Runde. Stimmt, ja. Jo, ich habe wenigstens, jo, ich habe mehrere erwischt. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt wird es hier noch ein bisschen lichter, das Feld, aber es leben noch so viele. Tja, das war wohl ein kompletter Reinfall. Schade, wir haben Ebu nicht erwischt, ey. Damit führt sie 2 zu 1. Yay. Oh Mann, ey, ich will auf keinen Fall verlieren. Oh, jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast. Locker kriegst du jetzt voll das krasse Gebiet, wo das voll gut geht. Oh nein. War oder falsch? Ich kriege da falsch, oh. Du hast so verloren, Ebu. Du hast so verloren, du kriegst niemals jemanden. Oh, 2 Felder, das ist ja noch schlechter als meins. Was? Das ist schwierig. Ja, das ist halt locker falsch, weil wir sind ja in Roblox. Also denke ich mal, mit Roblox, wir denken, dass Roblox besser ist als Minecraft, oder? Ja, und entweder wird es falsch gesetzt, Alter, mischt mit Eimer. Ach, das ist eine richtige Frage. Das ist so schwer. Äh, guests are not noobs. False? Nee, es ist mehr bei wahr. Mehr bei wahr. Ich gehe einfach zu der Masse. Nein, die Masse war falsch. Oh, hätte ich mal nicht darauf vertraut. Natürlich war es falsch. Ich hätte es doch gehabt. Oh, Ebu führt 3 zu 1. Ey, ich wusste es doch. Und ich habe mich von der Masse verarschen lassen. Deins war voll gut. Ja, das war richtig schwierig. Und da waren locker 30 Fragen. Grüner Ball. Oh, 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 das ist schwer. Oh, oh nein. Oh nein. Oh, Ebu. Der schobst mich runter. Nein, der schobst mich auch runter. Oh Gott, ich sah mal im letzten Moment. Hast du überlebt? Boah, ja. Oh, schade. Das Lustige ist, der, der neben mir ist und mich runtergeschobst hat, ist einfach gestorben. Oh, ich nehme am besten nur einen großen gelben. Oh nein, jetzt sind wir. Nein, 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 da komme ich nicht drauf. Oh nein, nein, nein. Alter, das war mit dem. Ja. Nein, ich auch. Ich auch. Aber ich bin später gestorben. Zieht das als Sieg? Oh, ich glaube schon, ja. Ich würde schon sagen, dass das als Sieg ist, oder? Wir haben verkürzt auf 2 zu 3. Okay. GG. Neue Runde, neues Glück. Wir spielen das Thema Roblox. Aber irgendwie ist ja nichts. Ist aber leer. Hä? Das dürfte wohl etwas schwierig werden, oder? Hey, ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Ich bin der absolute Profi. Ey, was? Wie hast du das gemacht? Tja, 3 zu 3. Keine Ahnung, das war ein Bug oder so. Das war Zufall. Jawohl, Leute, 3 zu 3. Jetzt kommt die alles entscheidende Runde. Also außer wir gewinnen beide. Aber normalerweise kommt jetzt die Entscheidung. Ah. Der Experte ist wieder. Bitte gib mir ein ordentliches Thema jetzt hier. Ich will was reißen. Oh Gott, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Oh nee, das sieht mir einfach aus. Oh nee, Leute. Okay, das kennen wir alle. Let's go. Die Leute werden teleportiert. Es ist mir vom... Oh, das ist cool. Das ist cool. Okay. Eigentlich ist es mir egal, wen ich kille. Mir ist nur wichtig, dass ich Ebro erwische. Und ich erwische da ein paar. Hä? 8 geteilt durch 2. Sie stellt sich erst mal auf 8. Also, puh, das habe ich aber nicht ganz verstanden jetzt hier. Problem ist, ich habe zwar ein paar Möglichkeiten, aber ich werde dich, glaube ich, nicht erwischen. Ich glaube, deine mathematischen Fähigkeiten sind hier zu heftig. Wo sind denn hier die richtigen Gleichungen mit x plus 2 ist gleich 5y? So was müsste es hier geben. So schnell schaffe ich das aber nicht. Gleichungssysteme und so. Ja, dieses 8 geteilt durch 2 war halt an dieser Stelle auch schon das Komplizierteste, was ich hier zu bieten habe. Mann, ey. Ich habe eine Idee. Die schubsen mich raus. Ich habe eine Idee, was ich mache. Ich habe eine Idee, was ich mache. Oh, mal sehen wir, ob meine Taktik klappt. Ja. Nein, man hat so viel Zeit, dass es nicht klappt, ey. Man muss durchs ganze Spielfeld. Oh Mann, und klappt es wieder? Ich lasse euch jetzt einfach redet und herrennen. Die schubs mich aus. Ich lasse euch redet und herrennen. Okay. Der Rennung kommt zurück. Ach, schade. Die laufen halt auch immer falsch. Aber die laufen dann einfach der Masse hinterher. Ja. Oh, das ist cool. Problem ist, ich weiß wahrscheinlich nicht den englischen Namen für jedes Ziel davon. Also könnte das jetzt ein kleines Glücksspiel werden. Okay. Also ich weiß nicht, wann. Ja, doch, die meisten kennt man, glaube ich. Okay. Frog, der ist hier. Okay, 2 sind AFK. Guck mal, die eine hätte das zum Beispiel jetzt gar nicht gerafft. Die ist einfach so. Oh. Bist du tot? Nee, 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 nee. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das Zebra-Emo? Ich sehe es auch nicht. Geh mal, da hinten links ist es, oben links. Wo da? Oh, wo ist die Kuh? Hä, wo? Hä? Mann, das sieht so einfach. Hier auf meinen Kopf. Komm, mach mal jetzt hier ein heftiges Tier. Da fällt doch keiner drauf rein. Du musst, du musst zuerst das Nashorn machen, dann das Pinguin, damit man so weit laufen muss. Das sind die Pro-Taktics, ich sag's dir. Oh, da ist jemand runtergefallen. Äh, cool. Leute, das ist ganz einfaches Heimspiel hier. Rekun. Rekun. Rekun, kein Problem. Zack, hier. Bam, 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 bam. Okay. Gleich muss es die Entscheidung geben. Okay, wir haben alle gewonnen. Es steht nach wie vor 3 zu 3. Nach meinem souveränen Sieg mit dem Thema Roblox. Ja, jetzt gibt's die Entscheidung. Okay, komm, bitte gib mir ein richtiges OP-Thema. Nein, das ist doch viel zu einfach. Ja, mach's doch noch einfacher. Ey, eine Zutat, oder was? Ey, lass die da mal 10 draufpacken oder so. Ja, da hab ich halt auch schon wieder komplett gewonnen. Hä? Ich werde komplett betrogen, Ebo. Oh, die haben das... Die haben das nicht gecheckt. Nee, das Problem ist, ich kann nichts machen. Ach, oh nein, wir müssen immer einfach da hinrennen. Ja, ich kann nur das eine drücken. Es gibt nur die eine Auswahlmöglichkeit. Ey, da will ich eine Wiederholung. Das ist so unfair. Nee, 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 das gibt gleich nochmal eine Wiederholung. Ich bin der Game Master für die alles entscheidende Runde, Ebo. Und wir spielen wieder wahr oder falsch. Und das ist mein Heimspiel. Jetzt, Ebo, musst du jetzt mal zeigen, was du drauf hast. 3, 2, 1. Let's go. Jetzt gibt's die Entscheidung. Okay. Alter, gibt's hier heftige Fragen, ey. Oh, die Frage weißt du locker nicht. Ich frage, können Elefanten springen? Ich glaub, die können nicht springen. Ich glaub, ehrlich gesagt auch nicht. Easy, schreibt der eine. Okay. Oh, ein paar hat's erwischt. Ein paar hat's erwischt. Ja, die stehen in der Mitte und fallen nicht. Ja, irgendwie baggen die rum. Okay, was haben wir noch für Fragen? Ähm, hoho. Was? Okay. 75% aller Kreaturen sind Insekten. Wahr oder falsch. Oh, Ebro, bist du... Oh, Gott. Oh, Ebro, willst du wissen? Bitte, bitte. Ja. Ich hab eigentlich gewonnen als Einzige. Eigentlich schon. Die stehen irgendwie in der Mitte. Weiß nicht, was die machen. Okay, aber das Spiel zwischen uns beiden geht weiter, Ebro. Oh, oh. Okay. Wir fragen, okay, die Frage ist zu einfach. Das Wort gullible, was auch immer das heißt, ist Englisch, ist nicht im Wörterbuch. Ich vermute mal, dass es doch drin ist, oder? Oder? Ich glaube schon, dass die spielt. Die leckt nur so rum. Oh. Ja, okay, ihr wart richtig, ihr wart richtig, okay. Ich glaub, die machen immer nur nach. Ebro, was sagst du jetzt? Wahr oder falsch? Nein. Ja, damit ist der Sieg. Es werden aber nicht mehr viele Fragen gekommen, glaub ich, ne? Weil ich hab ja jetzt auch fast alle durch. Na doch, ich hab gewonnen. Hallo? Ja. Leute, damit dürfen wir für die nächste Aufnahme Ebros Haare aussuchen. Und Brille und Bart. Du kriegst sowas von einen Bart. Du kriegst einen Bart. Das wird so cool heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like dann, abonniert meinen Kanal kostenlos. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Tschau. Ciao. Ciao. Vielen Dank.